So, du haust den weg. Okay. Jetzt kannst du dir endlich einen Yeti holen. Okay. Du bist auch eine Stufe 4 Einheit. Wer braucht denn hier eine Stufe? Du brauchst eine Stufe 4 Einheit. Vielleicht sollte ich die vorher noch ein bisschen schwächen. So, zum Beispiel. So, Lothalia tötet dann den Yeti da endgültig. Die kann das nämlich. Ephraim muss einen weitergehen und dann kannst du den da töten und wirst Elfenkriegsherr oder Elfenkriegsherr? Ah, ich glaube, ich nehme den Elfenkriegsherrn. Dann haben wir hier noch einen für dich. Und So, Heilung natürlich. Du brauchst auch noch Heilung. Jetzt haben wir noch den Typen da stehen. Der muss auch noch weg. Der letzte Yeti. Ach, guck mal. Der bietet sich sogar freiwillig an, um geschickt damit schwert direkt gekillt zu werden. Eisenrüstung kann ich verwahren. Erst einmal. Okay, haben wir haben wir das abgefrühstückt. Jetzt hoffe ich nur, dass Alpha da oben zurechtkommt, weil auf den könnte jetzt einiges zukommen. Wenn die alle auf die Idee kommen, ihn anzugreifen. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Das wird nicht funktionieren. Guckt euch mal an, wie viel der hier einfach demontiert. Er wird jetzt noch sterben. Wegen dem dem da. Ja. Aber der hat fast die gesamte Armee da oben alleine kaputt gemacht. Das ist äh also ich das finde ich beeindruckend. Muss ich sagen. Ich hätte ihn halt einfach hier wegziehen können. Ich meine, der der kann halt 10 20 Kilometer durchlaufen, ohne dass es irgendwie kümmert. So. Was ich hier aber jetzt natürlich machen wollte. So, so, so. Das waren ja alles keine komplizierten Sachen. So, Feuerstöße besser schüren. Du killst den Rest. Resistenz ein benachbarter Gegner runter. Du holst dir den da oben. Äh, Efraim gibt unserem Sperrwerfer jetzt die Unterstützung, die er braucht. Um trotzdem keinen Kill zu kriegen. War ja klar. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese weniger Treffen Treffanfälligkeit überhaupt nichts bringt bei ihm. Der da oben lebt ja auch noch. Naja, das ist zum Glück alles kein Problem. So, dann stellen wir da Heilung zwischen. Holst dir hier den Opal und den Topaz. Obsidian und den Diamant. Du tötest noch den da. Athalia macht hier den Deckel drauf. Eisenrüstung. Die kann ich eigentlich auch kaputt machen. Die Rubin. Ja, die ist geschafft, einen Rubin aus der Eisenrüstung rauszuholen. So. Nächster Yeti down. Wir sind in Runde 20 mittlerweile. Weile. So. Okay, hier kann ich jetzt überall noch Heilung in die Nähe stellen. Okay. Kurzes Niesen. Sieht gut aus. Ich hoffe wirklich, dass das hier keine unendlichen Gegnerspawns sind. Die Maschinen aber auch schön wieder als Pack. Silas freut sich. Alpha auch. So. Das ist unser Silbermaier. Kommt nicht dran. Aber ich denke nicht, dass das hier unendliche Spawns sind. So. 7 von 8. Arbeitet sich langsam hoch. Wir bauen hier natürlich jetzt eine Verteidigung auf. Ich hole mir noch das Gold da. Oder vielleicht hole ich mir das Gold auch nicht. So. Heilung bleibt hier auf jeden Fall stehen, wie sie ist. So. Sprechkünstler beim Zaubern. Alle schön in Erwartungshaltung. Du musst weg da. So. Ephraim. Alle Mann schön durchsortieren. Kann sich da noch voll heilen gehen. Okay. Und dann erwarten wir den Angriff der Untoten. wir kommen nie nach Norden, wenn das so weitergeht. Ich weiß auch noch gar nicht, wo wir nach Norden gehen müssen. Ich finde es gut, dass die alle Silas angreifen. Da liegt ein cooler Säbel. Ist der Alpha überhaupt angreift? Ich verstehe es nicht. Kriege ich doch eigentlich nur ins Gesicht. Sagen wir, werden das eigentlich immer mehr Einheiten? Ich habe noch keine einzige Festung gesehen. So. Efraim dahinter. Du Wirbelwind. Jetzt mal die drei weg. Wo ist Silas? Silas muss jetzt da oben rein. Kriegt Unterstützung von Bums und wir ballern den Feuerball ins Leere. Okay. Das ist nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Aber das ist nicht schlimm. Denn zum einen kann Efraim noch Erlösung machen. Drei von zehn. Und dann kann ich dagegen Geister sind die halt alle nicht sonderlich effektiv. Der Thalia holt das Gold hier oben. Ich habe Gold gefunden. Werden es brauchen. Die Minus 50 brauchen es zum Glück nicht zu interessieren. Und für den Rest haben wir Der hat auch alle wertvollen Einheiten quasi mehr oder weniger instant verloren. So. 7 5 Okay und wenn ich mit etwas Glück tötest du den jetzt bist zum Kriegsherrn. Ein Problem beseitigt. Also was heißt Problem? Eine Einheit wieder versteckt. Ich muss mich echt mal langsam auf den Weg nach Norden machen. jetzt komme ich hier nirgendwo hin. Alpha kann noch den da töten. Okay. Jetzt kommen die Gegner schon aus der Richtung da. Was sind das eigentlich für die Typen hier? 8 4 aber Treffer Wahrscheinlichkeit von 100 so wie mir scheint. Egal wenn der Massenangriff vielleicht funktioniert ja diesmal der Massenangriff. Das wäre schön. So du gehst jetzt erstmal diesen Spuk da oben grillen. So du gehst weg. Ich bringe einen nach vorne. Wo ist Silas? Da ist Silas. So das ist direkt viel angenehmer. Dann haben wir noch eine Lösung. L5 Doomlord habe ich da stehen. 16 5 den da weghauen und dich im Endkampf ärgern. den da haue ich jetzt auch weg. Der echt nervt. So Lethalia soll wie gesagt das hier oben sich greifen. Ich war keine Ahnung wofür wir gerade Gold brauchen. Aber ist nie schlecht welches zu haben. Der da oben ist ziemlich low. Gegner schlimmer verkrüppeln. Ich glaube das habe ich bisher jedes Mal ausgewählt. Eigentlich müsste der mittlerweile Gegner im Nahkampf so stark runter nerfen. Okay du hast den getötet. Jetzt hole ich mir diesen Säbel. Strahlender Hieb. Schaden 35% Kurieren Heilen Regeneration und Absorbieren. Oh hatte ich nicht irgendeine Einheit bei der ich meinte Ah ne 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 ich weiß wer den kriegt. Du holst dir den. Strahlen das ist perfekt für unseren weil der braucht Regeneration der braucht Absorbieren und sich selbst heilen das ist richtig gut für den. Weil jetzt kann unser Kriegsgelehrter nämlich wirklich auf einzelne Missionen gehen weil er jetzt auch in der Lage ist sich selbst am Leben zu halten. Richtig gutes Item So und wir begeben uns jetzt komme was da wolle weiter nach Norden Das geht ja gar nicht dass wir hier irgendwie immer die ganze Zeit auf der Stelle rum krebsen wird das Gefühl nicht los dass die Gegner auch unendlich spawnen Frage wäre jetzt ob ich über das Gebirge gehen will oder ob es einen besseren Weg geht auf jeden Fall hassen die Typen Lethalia und Efra ihn so wenn es einen besseren Weg gibt wird Alpha ihn jetzt finden nicht wirklich ne so halte ich mal auf der Seite Ok Ok Ich denke hier ist unser bester Weg durch zu kommen da werden wir so eingeengt das heißt ich möchte nach da oben durch laufen Das sollte ja machbar sein Ok alle Mann Karawane zieht nach oben und zwar im Laufschritt dass wir mal ein bisschen Boden hier gut machen ich werde noch auf dieser Seite die korrupten Orks da kaputt hauen aber danach müssen wir da hoch ob wir wollen oder nicht so Alpha wird noch ein bisschen Erkundungstrupp für uns spielen Ich meine du kannst dich hier doch sowieso nicht bewegen Zweikampf gewinnt nämlich unser Drachenreiter So okay Verteidigungslinie auf Schnee aufbauen So das doppelt dahinter Ah ne Alpha kann da hin Ach Alpha Doomlord kann da hin Sammelt das hier den Obsidian ein und dann hält uns Lethalia diese komischen Wirbel vom Hals dass sie uns nicht dämlich von der Seite angehen So und der Rest zieht hinterher Okay Aufstellung gefällt mir Die Geister nerven Ich könnte mit Efraim durchrennen und sie dann alle zu Efraim teleportieren Fällt mir gerade ein Ich glaube das ist auch genau das was ich machen werde dass die dann nicht alle durchlaufen müssen Ich lasse Alpha hier oben einfach ein bisschen das Gebiet aus kundschaften So ihr kommt alle nur bis dahin Okay Das ist ganz gut zu wissen Das heißt nämlich ich mache das hier und dann Aua 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 Ich glaube es kommt keiner an ihn ran Ne Außer dem da und ja das ist auf jeden Fall das was ich wollte und den kann ich einfach von Lethalia abfangen lassen Tschüss So natürlich Heilung nachziehen Alle einen Schritt rüber So die fangen da unten die Leute ab und dann porten sich werden alle zu Efraim hoch geportet Ich denke das ist eine ganz gute Herangehensweise an unser Problem Ach die schon wieder Wie viele Geister gibt es hier Wo kommen die alle her Haben die sonst nichts zu tun Jetzt haben wir gerade Abenddämmerung Zweiter Abend Kein guter Zeitpunkt Wir sind aber fast quasi oben angekommen Nächste Runde ist Efraim durch Das heißt Ich kann diese Runde ausrasten Ich muss nur dafür sorgen dass ich noch ein dass keiner stirbt Das mache ich am besten indem ich hier alles töte Klingt gut Klingt gut Wo ist das Positive da dran? Das waren nur negative Eigenschaften. Warum sollte ich irgendetwas davon benutzen wollen? So. Okay. Mir gefällt nicht, dass unser Magier da so alleine steht. Der braucht ein bisschen Unterstützung. Zum Beispiel. Okay. Ich freue mich die nächste Runde da durch. Alpha wird zwar ein bisschen angegriffen werden, aber im besten Fall tötet der einfach nur ein paar von... Oh mein Gott. Im besten Fall tötet der einfach nur ein paar von denen. Und dann ist auch gut. Ich glaube echt, es gibt unendlich von denen. E-Frame rennt durch. Der kann sich jetzt alle zu sich porten. Das heißt, wir holen uns hier halt nur noch ein bisschen EP. Respektive du wirst jetzt zur Elfenseherin. Und die Nahkämpfer kann ich noch benutzen. Und die werden mir da oben... Keine Hilfe sein. Aber mit denen kann ich hier unten noch ganz gut was plätten. So. Der wird sich auch nur dadurch hochballern, dass er die ganze Zeit aufs Maul kriegt, glaube ich. Okay. Den noch getötet. Jetzt haben wir die Gefährlichen hier weg. Und dann alle Mann zum Boss teleportieren. Rums. Jetzt hoffe ich, dass die hier richtig gelandet sind. Rums. So, dann können wir hier nämlich direkt anfangen. Ja. Hm, hm, hm. Das ist so semi gut, was hier passiert ist. So, ich habe aber noch Lethalia. Das ist das Gute. Die hat hier ordentlich reingehauen. Ähm, mit Fädenfeuer, mehr Fädenfeuer. Nein, Arcanresistenz runter. Ich glaube, das ist aktuell recht wichtig. Äh, du kannst den da töten. Und du machst noch einen Feuerstoß auf die alle. Okay, du kannst den da angreifen gehen. Oder findest raus, dass da noch einer vorsteht. Das ist mindestens genauso wertvoll. Ähm. Ich muss nämlich möglichst viele wegnehmen von denen. Okay. Ach, ich habe ja noch Alpha. Stimmt. Stimmt, ja. Hat der eigentlich Führungsqualitäten? Der dreht sich immer zu der Einheit um, die gerade angreift. Okay, ich weiß nicht, wie viele da noch unsichtbar sind. Aber eigentlich sollten wir fast alles weggesetzt haben. Ja, haben wir. Ich glaube, der, der, äh, das explosive Fädenfeuer von Lethalia hat mehr getötet, als das Auge zu sehen vermochte. Äh, sind auf einem guten Weg. Ich habe, kann fast das Ende der Karte und uns schon auf eine Linie kriegen. Einziges Problem ist halt, dass es jetzt durch reines Schneegebiet geht. Das heißt, alle außer die Einheiten, die von uns eh tonnenweise Bewegungspunkte haben, sind jetzt gleich ultra langsam. So. Das heißt, Lethalia, Alpha und, ja, Lethalia und Alpha gehen vor. Der Rest versucht dann in einigermaßen Sicherheitsabstand nachzukommen. Nutzen natürlich auch Erlösung weiterhin. So. Heilung brauchen wir mittlerweile an allen Ecken und Enden. Aber wir haben die Elfenseherin schon mal. Ähm. Sind auf jeden Fall ein bisschen Druck weg. Unser Kriegsgelehrter, der kann jetzt auch gut weit laufen. Och, nein, da kommen schon wieder Yetis. Yetis und Geister. Mindestens eine der Folgen, die ich hier raus schneide, wird Yetis und Geister heißen. Und zwar zu Recht. Wow. Ganz ehrlich, ich will mich nicht mit denen anlegen. Wir haben ja auch überall 60%. Das ist völlig Wurst, wo ich mit denen kämpfe. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020